Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Dive mit der Hirnstutz-Crew. Vor mir ist die diese Seren-Dippe-Di. Hallo, Wodan. Halbnackisch. Halbnackisch. Ich halte euch den Arsch ins Gesicht. Der Minas. Und Jack Fleischerhammer ist irgendwo draußen. Wo ist er? In der zentralen Stadt. Hallo. 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 Wie geht's? Was? Oh, hallo. So, ich werde jetzt meinen Rucksack holen und Fleckflammer. 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 Kannst mich begleiten, klar. Ich würde nur kurz sachte Forged Iron bringen. Bringe ich mal 56 mit. Und werfe bei der Gelegenheit nochmal die Kiste. Irgendwo habe ich da Kohle eben gesehen. Ich bin doch nicht blöd. Ein Riesenstärk Kohle. Ich gebe dir ein bisschen Holz, ne? Ne, es war irgendwo eine Kiste und da war 5 Trilliarden Kohle drin. Ah, hier in der Unlocked. Da mache ich mir mal ein bisschen Forged Iron aus dem... Bisschen Holz. Oh, 174 Forged Iron sind vielleicht ein bisschen viel. Wir machen einfach mal 100, oder? 100 Forged Iron? Bitte. Ja, reicht lange. Also... Oder holst du die jetzt für mich? Ich nehme jetzt 56 mit für dich. Ja, das ist so. Reicht lange. Und dann mache ich ein Run for Cure für dir. Ja. New it. Gibt's doch mal nicht hier speichern. Wir treffen uns... Vor der... Vor der... Vor der... Original... Original beim... Labyrinth des Todes. Okay. Labyrinth des Todes without frames. Wie nehmt das jetzt? Ja. Hast du noch... Hier? Nee. Zwei Stück. Hast du? Und Rennenkopf. Und run. Bin schon wieder am Overhitzen. Sag dir. Am Overhitzen? Am Overhitzen. Am Overhitzen. Versperrtes Gebiet. Ist nicht verbrannt. Oh, oh. Guten Tag. Bruder, lass den Zombie nicht. Ja, ja. Na, ich will noch ein bisschen spielen. Massfach. Mal, ich will nicht spielen. Gönn ihm alles, was er will. Nur... Das nicht. Oh, der Hund. Minja ist hinter. Ja, rennen, rennen, rennen. Renn weiter. Ach so, warte. Acht nur darauf, dass dein Bass noch da ist, ne? Wenn du... Bass. Bass. Bass, Lightyear. Ne, wie hieß das? Lightyear? Lightyear? Lightning? Jack? Er ist recht tot, Moment mal. Lightning Jack, ja. Genau so. So, ich warten. Er ist tot. Wo bist du? Ah, gut. Ähm... Hier nach rechts, wirst du mal. Da ist mein Rucksack dann zu Jack. Ne, da ist, äh, sozusagen für die... Er hat geschert. Für die, äh... Abtrünnigen die... Langlosen. Boah. Oh. Hier müssen wir hin. Ach so. Quasi. Blöd, dass ich jetzt selber nicht hochkomme. Oh, ist ein Gerinner. Ja, ich sag's dir. Oder... Aber... Dank Bier. Eine Plur-Boise. Bitt zu mir. Bitt zu mir. Überlegen, ich hätte vielleicht was zu essen eingepacken sollen für Jack. Jaa... Ich hab hier noch bei, hier. Okay. Ordentlich. Au, was war denn das? Da war... Ja, cool. Ich bin grad noch nach rechts gesprungen. Jetzt... Ah, man hat mir gesagt, als Faki, die können das auch und... Aua... Ja, nicht eine Unterhose. In der Buchse geht das nicht. Was? In der Buchse. Oh nein. Ich lauf weiter. Okay. Nimm ihn dir weg. Nee, nee. Ich hab... Ich bin hier immerhin rüber gesprungen. Er ist ein bisschen angepisst. Wir sollten ihn schnell machen. Hast du... Ja, gut. Wär ich auch, wenn ich grad einen Pfeil im Hintern stecken hätte. Wie viel hast du denn noch? Bier? 40. Ausdauer. Ich muss noch einmal trinken jetzt. Ja, mach mal. Ja, mach mal einfach. Du kannst doch während der Rennen. Ja. Wieso, du hast doch das Bier in der Hand, oder nicht? Nee, nee. Weiter nicht. Der Soße-Arts hört auf mit der Arbeit. Aber er ist tot. Er ist tot, Minis. Nee, 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 nee. So, irgendwann müsste jetzt mal ein Rucksack kommen. Als es den Hügel runterging, haben mich die zwei Hunde. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das könnte jetzt sein, dass hier die zwei Hunde sind. Ja, toll. Ja, die fressen noch an meinen Gebeinen. Ich nehme noch ein bisschen Brust. Ja, spannend, oder? So, fünf Minuten durch den Wald. Bei mir ist Schutzspiel, oder? Achso. Ja. Das nimmt mir die Hunde ab. Da ist nichts mehr. Gut. Boah, was hier alles brennt, ne? Unglaublich. Um wieder diese lange Rennerei zu verfüllen, auf dem Seven Days to Die Block, hat man neue Sachen gesehen. Ähm, ja, ein Diner. Also es kommt ein neuer POI, ein Point of Interest, ein Diner. Ah, cool. Neviscane wird größer, für Alpha 14. Cool, denn das würde doch noch mehr bedeuten, da dann eine neue Staffel zu machen. Ja, ich finde es eigentlich ganz schick, wenn man eine fertige Stadt hat, ehrlich gesagt. Ja. Genau. Also dann hast du zumindest nicht solche komischen, ähm, random Terrain-Gedöns-Effekte, ne? Nice, ja. So, jetzt halb ich da. Ähm, Jack hat doch irgendwas markiert auf deinem Web, hat er gesagt. Er steht genau davor. Hört ihr mich nicht hier looten? Achso, du stehst davor, ja genau. Ich bin sowieso in eine Richtung gerannt, ja. Guten Tag. Hallo. Shit, wir haben die Frau verlassen. Nackt siehst du aus. Ja, ja. Ist schon okay, sie ist dran gewöhnt. Alles geht. Alles okay? Ich habe, äh, Sachen mitgebracht. Na, erzählte. Ähm. Zum Beispiel habe ich, äh, 56 Forged Iron mitgebracht. Und Betty, meine Machete. Betty. Ähm. Schön. Willst du haben? Nein. Die Barrete? Nein. Achso. Die Forged Iron wird nehmen, ja. Riechst du mal hier jetzt, ne? Roter Tee? Roter Tee, bitte, ja. Habe ich auch. Fantastisch. Fünfzehner Stack mitgemacht. Oh, geil. Trink it. Was hast du für die Tabletten hier gefühlt in der zentralen Stadt? Was hast du für Tabletten nicht mehr haben? Die weißen. Die hier? Spalt. Biegen. Biegen. Ähm. Dann kann ich mir jetzt hier ne Axt machen. Ja, meine Werte sind nicht so, also ich, wow. Ey, ich mach 58 und auch noch 50, aber das wird schon. Wird schon gehen. So, die Pfeifen. Ausschlag. Rausschwärmen. Sag mal. Wo ist deine Basis? Hinter dir. Genau da. Achso, ja. Ja. Super. Ja. Mann, Mann. Aus Woodframes, wo der Zombie durchgucken kann. Gut. Ne, ich hatte ja bis jetzt noch nisch, Mann. Ich musste mich ja erstmal hier notdürftig, wisse, am Leben erhalten. Geht's mir rein bei dir? Weil ich keine Hilfe. Ja. Das ist nämlich der Punkt. Ach ja. Na ja. Was ist deine Frage? Äh. Ich werde, ich hab tausend Holz dabei. Eben, wisse, so. Ich hab tausend Holz und eine Wrench dabei. Gibt's schon. Was? Das Geile ist, der wird, äh, levelste hart. Mit dem Aufwerten. Ja. Oh, da hab ich doch gerade, hab ich ein Level abheben gehabt. Äh, Fenster zu, wa? Ja, klar. Machen ruhig zweifach hier, wenn die Zombies tatsächlich mal klopfen. Ich bin froh, dass es zweimal ist, meinste. Ja. So holzt alle. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hier ist noch einer, hier ist noch einer offen. Ich würde ja gerne wissen, ob sie durch das abgebrochene durchgucken können. Ach so, Mann. Ja. Also durch den abgebrochenen Stein, weil ob das auch als offen gilt? Wir nehmen mal an, nicht. In dem Fall nicht. Tür? Tür, ja? Ja. Forge Iron. Tür. Teuer, oder? Mach ich sonst. Mir egal. Also ich finde die 10 Stück. Na gut, dann mach ich eine. Ich mach eine. Gut. Wie ist denn hier? In der Zentrale. Boah, was war denn das eben? Ich hab hier grad schon wieder eine Fehlermeldung gehabt. Ja, war eben auch ein, ich hab ein Megaleck gerade gehabt. Megaleck. Bis jetzt noch nicht. Toi, toi, toi. So, jetzt hast du hier schon. Wo muss ich denn ausziehen noch? Mann, ach. Ach so, bist oben. Okay. Gut. Dann wollte ich jetzt die Toolshops noch weiter looten. Jo, macht Sinn. Ich mach kurz die Tür rein. Ja. Nur aus Sicherheitsgründen. Nach 25 Sekunden noch. Bin gleich soweit. Haben wir eine Fackel? Nope. Leider keine Kohle. Haben wir Kohle, ja. Und? Nichts. Bücherregal war leer. Super. Nice. Scheiße. Was passiert? Bist du tot? Nein, nein. Mit einem Wohnanlage sprung. Also ich find nur graue Pisteln. Hast du Pistolen, Heik? Wo dann hier? Ja, ich auch jetzt. Aber Munition halt, ne? Jo dabei. Lucho. Hast du? Das ist eine schlimme Krankheit. Zeit. Warte Zeit. Das ist ansteckend. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Ich lass die Tür auf Stufe 1. Ja. Ja, ja. Ich voll Profi hab mich eingesperrt. So. Gut. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ja. Bei dir? Booten? Ne, such dir mal einen anderen Shop. Such dir mal einen eigenen oder was soll das heißen? Ne, ähm, nördlich von mir ist noch einer. Ja. Wenn du mal auf Karte guckst. Ja. Ja. Ich glaub jetzt einfach von deiner Position nördlich. Genau. Du ist gut, Mia. Du bist gut. Was machst du? Kloppst du grad auf? Du bist schon drinnen. Ich bin hier. Roll safe, Mike. Gleich fertig. Gleich fertig. Und jetzt ist er gleich fertig. Ist er gleich fertig? Oh, 9mm Schematik. Yes. Spitzen. Kannst du machen, jo. Nebendran ist auch so ne Art, ich nenn's mal Polizeirevier, ne? Also, wo die Bücherregale sind. Ja. Guck ich gleich mal rein. Kannst auch da rein schauen, du willst hier. Ist ja klar. Was ist denn das hier? Stiffmaster, oder? Stiffmaster ist immer gut, ja. Oder? Meine ich. Ja, da sind wir auf Kissen dran. Das ist ja nice. Das ist ja nice, du. Das ist ja richtig. Wer hittst du schon wieder? Was hab ich denn schon wieder an? Wahrscheinlich alles. Ne, nur ein Helm. Das ist so nice. Das ist so nice. Das ist richtig nice. Ich hab nichts an und über Hitze. Was ist denn hier los? It's richtig, richtig nice. Was ist denn das Problem? Du sagst ein Cowboy. Nein, nein, nein. Ich hab nen Helm auf. Diesem Baseball, ähm, Quatsch. Football-Helm. Der Football-Helm hat minus 5. Also, er kühlt mich ja sogar. Er kühlt dich auch. Ja, also hier muss irgendwie, äh, auf der Rotor muss hier hart sein. Pufftsch. 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 Vielleicht von Haus aus schon mal. Und wenn du dich dann nochmal zweimal bewegst, irgendwie, mit dem Kreis. Ja. Achso, ich wollte ja gucken. Wegen Quality-Jaws meine ich als erstes. Das dauern 60 Punkte. Das lässt. Alter Hutschimatics. Kann ich schon. Kann das noch nicht. Ihr, ne? Ihr. Ihr, ne? Geht mir. Spaß. Also, jetzt zieh ich alles aus. Das kann nicht sein. Oh, nein. Äh, ich... Äh. Jetzt hab ich die, hab ich die Kiste weggekloppt, ich Idiot. Moment, den hast du? Die sind ja alle schon gelootet, deswegen hab ich die Kiste weggehauen. Was machst du denn? Jetzt bist du wieder voll da, ne? Voll in deinem Element. Du bist voll verarscht. Eigentlich kann ich mich erst in der Stadt looten. Ja, dann waren wir da schon drin. Ja gut, das kann ich ja nicht nur wissen. Das ist ja super. Da musst du auch mal dein eigenes Auge irgendwie auch mal nutzen. Ich bring jetzt nochmal Tee. Ich hab grad ne Ehrenrunde gedreht. Was bist du tot? Ne, ne. Für die Leute. Die Metalltüren nehm ich einfach mal hier. Ich hab Anhieb den Eingang gefunden und hab ne Ehrenrunde gedreht quasi. Ja. Ne, der ist komplett gelootet hier. Bei der SE ein Motor erfunden, dafür aber schon drei Headlights. Und Ene Batterie, ja. 18 Repair Kits läuft bei mir. 18 Repair Kits? Ja. Hast du jetzt hergestellt oder gefunden? Gefunden. Alter. Ja, Ene Batterie harkt bereits. Kann ich nicht bleiben. Kann ich nicht bleiben. Immer fleißig die Autos auseinander nehmen und zwar die mit, die noch am besten dastehen. Ja. Die vom Zustand am besten sind. Ja, genau. Okay. Mist, ich komm da nicht rein. Also eigentlich ist auch egal, weil Scrap Metal und so brauchen wir eh, also. Welche Zustand die Kahn haben. Aber wir müssen, Ener muss doch auch hier, ne? Deswegen sind drei da. Ich verstehe. Ja, für mir als mit Wodern kann ich nichts. Hm. Ich wollte nicht ihn alleine losschicken. Du weißt, was in der letzte Folge passiert ist. Ja, schau. Ich hör ihn. Oh ja. Guck mal. Oh ja. Muss er? Hat er gedroppt? Richtung Südosten? Südosten. Also zu weit runter. Oh ja. 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 Ist nicht in deine Richtung gefallen. Ich hab extra geguckt. Nee, sonst hätte ich gesagt, du sollst. Mhm. Mhm. Jawohl. Endlich. Was denn? Mining Helm. Nice. Ja, ja. Aber der ist ja zerstört worden. Gut, find ich. So, ich check jetzt mal ab, ob das Leather Zeug abkühlt. Tut's nicht. Nein? Nein. Noch schlimmer, glaub ich nicht. Du blöder, blöder Hund, du. Aber trotzdem hätte ich gerne Chest Armor. Die mach ich mir auf jeden Fall jetzt. Blute, blute. Das Eisenzeug kühlt ab. Iron Chest Armor. Ja. Dann mach ich mir jetzt auch, ne? Kannst du, ne? Jo. Fucking kill me. Ja, kann ich. Kost halt 10 Forged Iron. Das ist das Problem. Ich hab nicht genügend mitgenommen. Den musst du lernen jetzt, ne? Den musst du üben. Ja, ich kann Beinschutz und Brustschutz. Hast du noch Forged Iron? Über. Ich bin leider schon weiter weg. Hätte ich aber... Nee, hab ich in die Kiste packt. In die Kiste. Weil dann kann ich die ja herstellen. Guck in die Kiste. Es nutzt halt im Moment das Forged Iron, auch um die Werkzeuge wieder zu reparieren. Ja, eigentlich schon. Aber reparieren ist ja eigentlich gar nicht so gut, ne? Naja, sie nimmt ein bisschen Level. Aber was soll ich machen? Wenn ich ne Axt crafte, da kommt ja nichts bei rum. Ja, aber irgendwann. Irgendwann? Was? Irgendwann kommt der was? Aber da müsste ich mich erstmal hochleveln. Da müsste ich mich erstmal hochleveln mit. Ich weiß, dass das Eisenzeug so runterkühlt, dass du dich warm anziehen musst, dort zusätzlich. Und dass die Nippelstände nicht steif sind. Ah ja. Das ist ja lustig. Da hätte ich auch gern was. Ist klar. Das habe ich da gefunden. Nee, das war nett. Scheiße. Der... Wenn ich da bist, nicht zu... Ich weiß, dass ich nicht so gut ist, nicht zu ofermachen. Ich weiß nicht, dass ich das geweckt habe. Ich weiß nicht. Ja. So. Ja, das ist halt jetzt blöd, ne? Scheiße. Ich fühle mich ja schon ein bisschen schuldig irgendwie. Ja, ich habe jetzt auch schlechtes Gewissen. Das habe ich wirklich. Ja, scheiße. Aber wenigstens zeigt er sich, dass ihr noch Gefühle habt. Steinweise hat man ja das Gefühl, dass es nicht so ist. Was ist? Halt mal. Niemand mag Klugscheißer. Keiner mag Klugscheißer. Alter, was ist denn hier? Hier sind die Klamotten ohne Ende. Oh, scheiße. Jetzt brenne ich doch. I fucking hate it. Besteht er wieder auf? Naja, okay. So weg. Gelb kommt nach Orange. Basecup, was macht denn die? Das ist ja echt. Das ist ja 87. Jetzt hörst du, wie ein Papier raschelt. Ah, der hat dieses Diagramm. Also, Kinders, ich habe... Besonders wie eine Farbe kenne ich mich noch nicht so aus. Vielleicht bist du auch farbenblind. Du wirst das nicht. Was? Ich höre doch nur schlecht. Achso. Naja, vielleicht hast du mehrere Probleme. Ich sage den Zuschauern, dass ihr mich mobst. Ich kriege die nicht mit. Merk mich doch eh nicht. Oh man, hör auf. Ah, die haben... Bei den Küchen kannst du die Eckdinger doch früher looten, ne? Wenn ich irgendwie... Ja, eigentlich alle... Also hier in der roten Küche zumindest nicht. Geht nur auf die Seiten. Was ist das? Machen wir Klausthaler Werbung oder was? Ich habe extra diesmal nichts gesagt, weil da heißt es wieder, der macht immer Werbung. Klausthaler, nicht immer, aber wer weiß ich das. Hätte vielleicht aber auch keiner mitgekriegt, wenn du das jetzt nicht extra Zeit hast. Also wer kriegt jetzt... Denn nur Klausthaler schmeckt, wie Klausthaler schmecken kann. Jetzt merken sie es, Gott sei Dank. Ach jetzt, jetzt ist es ganz klar. Leder ohne Ende hier. Scheiße, Mann, ich kriege den... Finde ich nicht. Den Drop. Hättest du ja ungefähr schon mal hinten einen Quickpoint hinhauen können. Ja, mich hat ein Hund durcheinander gebracht. Der, der meine Liga eine Pistole zu spülen bekam. Keine Ahnung, was ich scrappen soll. Ach Gottchen, ist schon wieder soweit. Nein. Nein. Ja, ja, ich habe es jetzt gerade gesehen erst. Du es nicht. Ach du Scheiße. Ja, ihr Lieben, ist es wieder soweit. Die Folge ist leider schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur hin und her gerannt bin. Lasst einen Kommentar da. Lasst einen Daumen nach oben da natürlich. Und ein Abo. Würde mich echt freuen. Jo. Und ja, dann hört man sich wieder beim nächsten Mal. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss.